In's Feindesland, in's Abenteuerland, in's Razioland? Geil, da war ich dieses Jahr noch gar nicht. Wir haben übrigens ein Panzer gerade als Backup und noch so ein Quad, die verfolgen uns gerade. Ich schieße auf die... Nein, mach ich natürlich nicht. Und der eine will wohl repariert werden. Kill all the enemies. Das kann ich jetzt nicht ändern. Warte unten. Ja. So, ich guck mal auf die Karte. Ein enemy, ein enemy, er fliegt weg, er fliegt weg, nein. Ja, der raucht schon. Wenn du der Straße jetzt nach rechts folgst, geht's noch tiefer ins feindes Gebiet. Wenn du die Straße einfach nur geradeaus folgst, kommen wir wieder in unser Gebiet so ein bisschen rein. Das ist gar nicht mal schlecht. Fahr mal rechts. Hey, haben wir eine Verletzung? Wir sollten den Typen mal reparieren. Ach. Wir waren einfach kaputt. Verluste gibt's immer. Echt mal. Oder? Oder? Ohohohoho. Alter. Oh, Alter, ihr habt einen Tod gemacht. Ohohoho. Ihr hattet einen Schwein in ihr. Warte, er war verletzt. Der hätte uns mehr Energie und alles gekostet. Links, links sind Fußsoldaten. Links ist jemand auf dem Stein. Könnt ihr den bitte auch? Danke. Was? Da sind mehrere. Fahr mal links zwischen die Steine. Runter von der Straße. Ja, fahr doch mal. Links zwischen die Steine. Links. Weiter links. Weiter links. Weiter links. Zwischen die Steine. Weiter links. Weiter links. Ach, ich soll da ganz durch. Ja. Damit ein bisschen die Einheiten da bestimmt. Die waren hier noch rote. So, damit wir die immer ein bisschen ärgern. Die roten sind unsere. Was? Nein, die haben doch... Da liegt was am Himmel. Feines Zeug. Oh, nachher. Feines Zeug. Ist ja der Felsen dazwischen. Soll ich da mal hochfahren? Da. Oh, da ist ne Basis. Da. Seht ihr die Zandra in der Basis rechts von uns? Rechts. Ja. Da in der Basis. Da hinten fahren. Versuchen wir mal. Ja. Und forciert das Feuer auf dem Zandra. Fahr da mal hin. Und nur auf diesen Zandra schießen. Wie bescheuert. Auf diesen Truppentransporter. Direkt vor euch jetzt. Da, vor. Ja. Volles Feuer auf den drauf. Und ein bisschen bewegen. Ja. Oh, nachladen ist scheiße. Absolut. Oh, wir haben getroffen. Ja. Irgendwas. Oh, ich fahr weiter. Ja, ja, fahr weiter. Oh, fack. Oh, fack. Gleich, 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 gleich. Halt mal hier an, halt mal hier an. Halt mal hier an. Wir müssen raus. Yay. Warte, ich kann euch reparieren. Oh, ich bin rausgegangen. Es lebt noch, es lebt noch. Nein. Es lebt noch. Verdammt, ich war zu langsam. Verdammt, ich auch. Das ist aber im Arsch, das Ding. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße, das war knapp. Ich lebt noch hier an. Sanderaw? Ich bin noch da, ja. Verdammt. Ist das richtig? Ja. Ja, ich glaub schon. Ja, es ist der nächste, ja. Der nächste Punkt. Ja, der ist ganz nah. Hallo, hallo, Leute. Hallo. Hi, da bist du. Hi. Ne, das. Casey. Doch, alle sind hier, wir folgen ihm jetzt. Also, wir gehen wieder zurück. Oh, ich möchte wieder in einen Winkel. Echt mal, dann fühle ich mich irgendwie sicherer. Ich bin ein feindes Gebiet. Fuck. Also, du bist... Also, du bist tot, okay? Okay, ich guck mal, wo ihr jetzt seid. Ich bin jetzt gerade einmal verrekt. Ja, ich lauf gerade eigentlich zu dir. Oh, Sandra ist gut, dann nehm ich wieder einen Medic. Sehr schön. Das hat sich aber gelohnt, weil so ein Sandra platt machen bringt schön viel Erfahrung. Ah, ich bin wieder tot. Oh, yeah. Ihr habt aber ne Armee jetzt hier, ne kleine im Rücken. Also, den Punkt nehmen wir jetzt ein. Ja. Kann man bei den Indu wieder ein Auto holen in der Nähe? Ja, ich renne in die Granate. Schön. Boah. Ich hab's ja noch gesehen. Iiii. Ich werde getroffen. Das ist ja ekelhaft. Warte, ich heil euch hier dann. Oh, ich werde geheilt. Wenn ihr ruft, dann heil ich euch auch dann. Rufen, rufen. Hm. Medic. Hier. Hier. Hier, hinter dir. Hä? Hier. Du sollst doch heile. Ach, ich... Ich... Aber eben hatte ich... Gott, was ist das für einer? Das ist ne Max-Einheit. Ich wurde eben aber getroffen. Ich hab dich gleich. Jetzt bin ich tot. Ich belebe euch wieder. Krasser Shit, ey. Oh, jetzt kann ich da nicht heilen. Oh, das war hart. Ja. Der Sanddach ist leider weg, also... Scheiße. Ich komm da nicht wirklich wieder hin. Ich bin tot. Ich auch nicht. Also ich bin auch tot. Wir müssen irgendwie zurück oder so. Also... An der Station Galaxy Solar Plant oder wie das hieß, dann kann man sich ins Panzer holen. Von daher... Da bin ich jetzt auch sofort. Da bin ich auch sofort. Mein Sanddach, also... Können wir uns einfach einen neuen holen und dann wieder... Alte Facken... Ja, so wie eben. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Genau. Ich hab halt nicht genug, also da muss jemand anderes Ding kaufen. Na gut. Aber nur einen. Nicht das jetzt nicht. Ja. Ja, ich kauf einen. Henrik, was machst du denn? Ich heile die Leute hier wie bescheuert, damit die hier... Mich hast du nicht geheilt. Ich will aber nicht fahren. Hey, Heinrich, was machst du denn hier? Dann fahr auch nicht, bitte. So. Ich will nicht fahren. Scheiße. Oh, jetzt fahr ich ja schon wieder. Vielleicht fahr ich doch. Du musst fahren, glaub ich, wenn du's gekauft hast. Es war immer schön, dass wir da unsere Ausflüge gemacht haben. Toll. Ich fahr mich doch voll. Ich zeig den Weg. Geradeaus. Oh, fuck. Geradeaus. Ey, was soll denn das heißen? Was denn das? Ich freu mich doch. Ich fahr so gerne mit dir. Yeah. Machst du mal gute Musik? Gute Mucke. Du, 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 du. Fuck. Wo seid ihr denn jetzt? Einfach hier. Genau. Wir fahren gerade zu dir mit dem Sander. Ja, das Problem ist, ich bin... Boah, ich fahr so schnell. Das ist unglaublich. Wo seid ihr denn? Ja. Der Spawn. Achso, dann geht nochmal... Wir sollten nochmal zurück... Wir sollten nochmal zurück... Was? Wir sollten zurückfahren. Hilfe, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Fahren wir nochmal zurück zu Henrik, der Spawnteuer. Nee, ich bin gerade... Ich konnte hier... Wir müssen mal was kaputt schießen. Ich bin, glaub ich, gleich bei euch. Sag mal, ey, was schießt du auf uns? Nee. Na, über unten. Ich fahr doch mal zurück, genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei euch bin. Oh, Junge! Was ist los mit dir? Warum kannst du nicht Auto fahren? Mach da einfach so einen Spurwechsel. Ja, genau. Spurenwechsel, die Spuren wechseln sich. Nee, nee, Spurenwechsel. Henrik, wir fahren jetzt gerade zu früh wieder. Ich bin nur tot, ich weiß nicht mehr. Wir fahren einfach da, wo wir jetzt sind. Galaxy Solarpland. Galaxy Solarpland, okay, dann komm ich da gleich hin. Genau. Okay, wir sitzen hier im Panzer und warten. Ich hab ja hier den schnell. Okay. Ähm, wartest du damit? Danke. Bin ich jetzt Galaxy Solar-Kind? Galaxy Solar-Kind. Baby, Baby Solar-Kind. Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich hier bin. Nee, wo bin ich denn? Nee, da fährt wer anders mit. Will ich nicht. Wie kann ich den rausschmeißen? Hui. Was ist das hier? Ich glaub, hier bin ich zwar falsch, aber ich... Nee, ich sehe das... Kann ich denn sagen, was das nur für mein Trupp ist? Ja. Wie ging das nochmal? Ja, wie? Muss ich grad mal nachschauen. Ich hab grad mal den Optionen. Tastenzuweisungen. Ähm, probier mal D. Nee, da steig ich aus. Ja, stimmt. F. Nein. Ähm, B. B. Nein. Äh, ich probier einfach alles. L. L. Oh, L. Ich noch nicht, Moment. Nein. Ähm. Oh. Ich muss mal gleich bei euch mal spawnen. Nein. Oh, ich hab ein Level abbekommen. Dafür, dass ich Leute heile. Das gefällt mir. Und ich hab den Titel Spezialist bekommen. Hey. Applaus, Applaus. Okay, ihr seid... Ihr sagtet, ihr seid... Äh, Bild unten. Bild nach unten. Galaxy Solar Plant seid ihr. Okay. Ach, du lügst mich doch an. Nein, wirklich. Bild unten. Okay, du hast recht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ich hab alle rausgedrofen. Muhaha. Aha. So, das kauf ich mir nämlich auch ins Handel da. Ehh, ich möchte nicht den Platz tauschen. Besonders nicht mit gar keinem. Ihr bleibt bei Galaxy Solar Plant oder was? Ja. Okay, ich komm mal rüber. Ähm, ich glaub du kannst auch... Oh, da bist du. Warte, ich, ich fahr dir entgegen. Komm, wir rammen uns. Ich darf dir auch jemand anderem erlauben in deinem Sonderrad zu fahren. Aber das willst du wahrscheinlich anscheinend. Komm, wir rammen uns. Oh, ja komm, wir fahren jetzt aufeinander zu. Aber bitte nicht rammen. Ich ramme, ich ramme. Warte, ich mach uns mal heile. Ich mach uns zuerst. Oh, ich hab ja... Kann ich gar nicht, ich bin ja... Fand das sehr gut. Ja, wer repariert jetzt dein Auto? Ja, guck doch in unser Auto. Hier ist echt viel cooler. Ja, Hendrik. Hey, da steigt wer anders bei... Der, der bei uns rausgeschlissen ist. Hendrik, bleib doch mal stehen oder soll ich doch nicht reparieren? Ja, das kannst du ruhig. Ich werd angegriffen von der rechten Seite. Entschuldigung, ich war's. So, jetzt will ich wieder ins gute Auto. Ja, das ist ein gute Auto. So. Okay, los geht's. Weil der Punkt wurde gerade von Panzern und Diversum angegriffen, dann halten wir den jetzt nochmal.